Alter, ich komme hier nicht lang Das ist scharf, das arme ist scharf Aber nur noch viel weg Oh, wenn ich nicht am Haus klatschen Diese Scheiße da aufbauen Oh, da sind wir noch Einen schaffen wir 1,5 habe ich noch Gibt es drin? Nein, ich muss einfach sortieren Einerlei, du... Ich habe mich auch heute so gewundert Und so eine Pflanze da Rosen Ja! Pflanze da Rosen Ich finde es sollte auch schön aussehen Sollen wir Frauenversuch bekommen oder nicht? Musst du auch Rosen haben? Ja, warum bin ich hier in der Internehm? Jupp, ein Feet Ich habe noch mal Ich habe noch mal Schuss! Anhaltend Anhaltend Ich hab das vorhin gesagt, du hast irgendwie schaden genommen, oder? Wie soll ich den ganzen Löcher hier füllen? Wie soll das denn gehen? Okay, man. Ja, mach mal. So, das ist ja schon mal ein schönes. Oh ja. So, ich bin ja, ich mach ja gerade ein paar Löcher zu. Damit das ein bisschen schöner aussieht. Ja, er läuft auf jeden Fall. So, das war ein bisschen mickrig, aber... Ah, ich mach ja auch schon bodenfrei. Hat das ein bisschen mehr Fließgeschwindigkeit hier. Aha. Da sieht doch schon mal noch was aus. Okay. Warte. Ja, geil. Jetzt haben wir noch drei Seiten, aber die andere Seite leider gar nichts. Oh, das sieht schon geil irgendwie aus. Ah, wird dunkel. Jetzt haben wir noch mal hier. Okay. 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 Moment. Na, ich komme. Wo bist du? okay. Okay. Well, ich habe hier wieder eine ganze Weile, aber, das ist super developpert. Jetzt ist es gut. Danke. Okay. Und die ganze Folge da war noch so viel kohle so bist du noch echt schön eigentlich die musik hört die anderen wieder von draußen kommen bei mir keine musik von hier dann könntest du hier weiterbauen hochbauen dann würde ich sagen ich und wir bauen dann hier oben weiter und dann treffen wir uns wieder hier ja verstehst du ja ja sicher man könnte doch hier weiter anbauen da können wir den treppern durchbruch machen hier oben ja aber ich werde dafür auf jeden Fall ja ja ich warte Oh, er hat durchgebacken. Ach, die können also hochklettern? Ja. Okay. Hey, cool, Regen! Hey, cool, Regen! Ja, sicher! Klar regnet, da regnet immer hier rein. Ja, natürlich, auch mit den Flammen und so, im Regen. Besonders mit dem Wasserfall, bitte achte auf den Wasserfall! Ja, nee, ist klar. Mein Kopf ist auch ne tragende Wand. Ja, dann könntest du jetzt zum Beispiel hier, pass mal auf, du kannst jetzt hier die ganzen Feuerdinger, könntest du jetzt wegnehmen, bum 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 bum, einfach draufhauen, dann geht die weg. Ja. Und könntest du hier überall Stein draufballern, und dann kannst du, mach man dann so zum Beispiel. Warte, einen Moment. Ah, Pärmer. Ein Beispiel jetzt einfach nur. Wenn du sagst, ich möchte hier hochbauen, siehst du mich noch? Ja. Dann nimmt man hier so ein Steinchen und ballert das. Das Ding hier weg. Und ballert das hier rein. Und das hier rein. Und hier rein. Zack. 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 Okay. Da kannst du dich immer, kannst du dich immer hier hochbauen. Und wenn du was verbaut hast, dann machst du das einfach wieder weg. Okay. Und die Steine, die bekomme ich, wenn ich jetzt irgendwo auf die Wiese oder was weiß ich nicht, ganz tief. Wir haben so einen eigenen Steinbruch. Coole Sache. Und das Essen, was ich hier hab, das ist zum Heilen dann, oder wie? Richtig. Das bringt gar nichts. Ein, ein Energiepunkt. So. Ich, ich komm sofort wieder, ja? Warte. Ich komm jetzt mit dem Wasser zu beziehen. Warte. Nee, jetzt auf Stein. Guck mal. Ja.